Herzlich willkommen zum Video mit dem Thema die Zahlen von 20 bis 99. Dieses Video zeigt dir, wie die Zahlen von 20 bis 99 geschrieben und gesprochen werden. Fangen wir zunächst mit den vollen Zehnern an. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hier ist eine Übersicht über die vollen Zehner von 20 bis 90. Achte darauf, dass außer der 30 alle Zehner von 20 bis 90 auf zig enden. Nur die 30 endet auf zig und wird dementsprechend auch anders ausgesprochen. Kommen wir nun zu den übrigen Zahlen von 20 bis 99. Hier werden zuerst die Einer und dann die Zehner gesprochen. Zwischen den Einern und den Zehnern wird UND eingefügt. Somit heißt diese Zahl 5 und 20. Die Zahlen zwischen 20 und 30 lauten also 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Beachte, dass es 21 und nicht 1 und 20 heißt. Die restlichen Zahlen werden nach dem selben Prinzip gebildet. Es heißt also 31, 32, 33, 34, 41, 56, 65, 78, 87, 99 und so weiter. Und hier ist noch ein interessanter Hinweis. Die Endung zig kann auch als eigenständiges Wort verwendet werden und hat dann die Bedeutung viele. Hier ein paar Beispiele. Die Verbindung zigmal bedeutet oft. Hier ein Beispielsatz. Ich bin bei der Prüfung zigmal durchgefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.